Der Vorteil von Nuklearenergie ist, es ist schnell verfügbare Energie. Und wenn du in so einem AKW einen Unfall hast, ist der Klimawandel unser kleinstes Problem. Atomenergie hat nur gute Sachen bewirkt, wie zum Beispiel schnell verfügbaren Strom oder die Existenz von Godzilla. Und deswegen kann ich da nichts Schlimmes dran finden. Grüne Energie, buchstäblich.